noch mal 10.000 steine das ist schon mal sehr gut dann kann man gillen stufe 2 machen ja nice easy naja aber gillen stufe 2 baust du fast keine lesen stoff braucht doch keiner doch du musst es anklicken da geht so ein fenster auf da musst du doch mal darauf klicken dann in einen von den fenster reingehen naja wo du dich halt nicht weil heute hatte ich ja schon für morgens den anderen das ist egal du kriegst ja nicht irgendwie xp wirklich dadurch spielen macht immer spaß ja natürlich kann ich jetzt noch die 250 machen das haben wir dann auch geklärt auch wenn es echt lustig war wenn wir nicht 40 mann wer muss noch die 22 michael kriegt noch geld von dir aber du hast getrunken aber warum sie sonst doppelt die wusste dass das kommt ich krieg nämlich noch geld von dem ich schnell ja grandios 25 k wo willst du machen ich will auch 25.000 euro ich glaube mit 41 wird schlecht du musst ja 41 sein und die in die ja dann kommen die gillen aber ich bin keine level 41 also ist egal ach so ja dann ihr seid doch schon genug oder können ja zwei gruppen machen eben was sollten wir jetzt machen wollte die in der schiff machen ja 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 gut 25.000 und zu uns irgendwo ein place wo wir die leute vertreiben können ganz unten am besten hinterstack jetzt boosten ne erst wenn wir einen platz gefunden haben und zur not machen wir dann halt ähm slayermondes an und killen an die leute vertreiben uh nee mach ich nicht weil ich in die stadt muss auto warte mal muss ich auch im boden und nicht die polizei da sein mittlerweile mittlerweile sollte eigentlich ein grüppel sein wenn ihr unter deck geht dass es passt wir haben gar nicht eine gruppe ja lass uns doch mal gruppen suchen zum schnitzeln hier wäre eine gruppe wo wir ähm den drücken merken können also zu mir wollen wir nicht ganz in die zweite etage ja klar das sind die mobs besser wo denn ich war jetzt zum fliegen runter ja äh das ist ja scheiße auch ja schwarz will ich es machen weil hier ist nix hast du schwarz? ne hier ist tote bude ja wo wollen wir hier? ne also level 3 ja haha mann ich wollte dich hochheben nö da hier unten hin oder was? oder mitte muss gucken ich weiß nicht wo die meisten gegner sind also hier ist leer hier ist komplett leer ja wir gucken erstmal hier ja hier hinten ist komplett leer warte ich mach mal boost dann komm her moment warum sind die alle lila? stop auf schneller ja nicht schneller ja wir können es aber anders machen warte da mach ich auch hier in meinem boost dann so komm wir machen auch noch so hier gibt es weiter ja warte ja warte und jetzt muss man sich hier so hinstellen hier seid ihr? soo wo war das her komm rein komm rein warte das upgraden das ist ein epischer moment gewesen weißt du zieh mal den raum in die mitte ich weiße auch die lassen sich nicht bewegen die wollen sich nicht bewegen voll ich kann gleich noch ein bisschen ich hab mal nicht bekommen aber die meisten sind alle fernkämpfer hier ist die putze voll warum hab ich immer noch die scheiß katze weiß ich nicht aber ich find's krass dass wir es immer noch nicht gefixt haben in der gilden base ja was denn du kannst aber noch nicht scrollen da drin nun solltest du doch bitte ping fixen hm als behinderte ist das jetzt ich weiß wie ich meine dings ausbaue wo das ist also ich hab hier drinnen meinen platz schon gefunden weiß jemand noch wo das war was denn das monument damit du die ähm sägerei baust die was die säge holzfällerlager meinst du ja keine ahnung wie das heißt war doch unten irgendwo an der ecke ja aber wo das icon war dafür da mal zusammenziehen da kommen noch ein paar hör mal ran damit immer ran da trägt's doch geschissen leute warte ich mach mal kurz ein relock vielleicht wo kommt es dann doch selbst nicht ja hast du packt wie viele hier da ist ein update warte wir jetzt wieder irgendein update kann man rausziehen 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 die die rausziehen ja 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 in dem kleinen gang wenn sie sich überhaupt rausziehen lassen war ne ich blem da einfach stehen äh müsste gelügen sowas oder ja ich verstehe grad nix weil irgendjemand gerade nasch das ist kai hm also wenn man dieses ähm Kostüm aus dem Faunerspack anzieht ne ja dann hat man Klaffer an seinen Knien das sieht scheiße aus ok ja ja jetzt mach was dagegen mach die Plätze dagegen ach man jetzt hast du gar nicht ja toll das geht nicht level up das ist doch auch irgendein dieses Säulenging was da rumstehen wird ne ja ja es ist aber es steht hier nicht rum weißt du das ist das Problem es stand bei den anderen Dingen auch nicht rum da wusste ich nur wo es steht hier ist ein Teil wo naja das ist nur The Wild wo 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 hma עם ga da go da schon beim mit dr man ja ja wir alle Wshi ein massaker krass nein da kommt man da ich regne wohl nicht ich versuche einfach von einem punkt zum anderen in dem händler ich steh da mit dem brügel nur an aber wir haben von uns hatte schon die feuerflügel kommt man da einfach dran wenn du die goldenen wenn ich ehrlich bin weiß ich nicht was du gerade damit meinst du kannst du kannst du hast unten den hammer im inventar ja und ich soll meine besonderen goldenen flügel meine besonderen goldenen flügel durch schrotten der polen erhältlich 200 und du brauchst 600 um die feuerflügel zu den kannst du auch direkt bei den npc kaufen da kostet halt 100.000 die 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 normalen weißen flügel die du kommst nein natürlich nicht ich bleibe bei den bei den anderen hier und nehmen wir die ganzen mobs weg so man kann dann mal kurz einen anderen channel ja eins einfach unten zu mir nicht töten es von uns user was moved out of your channel aber besteht denn auch die chance dass sich das nicht lohnt nicht nicht weiß ich nicht pro mob 1000 wieviel ep kriegt ihr pro mob 4000 bis 2500 wir haben das gemacht und wir haben knapp 2 bis 3 level da drin gemacht oder 3 level soll man sagen jetzt noch 2 ich mach jetzt knapp ein level ne ich glaube Sanko meinte eher mit den flügeln äh ja wenn ich meine flügel kaputt mache besteht auch die chance dass ich das nicht hinkriege level up wieviel braucht ihr noch weiß ich nicht ich hab nicht mal die goldenen flügel wieviel braucht ihr noch ich brauch noch 120 ok mach halt nicht und danach kannst du ja nochmal die suppe holen die die zappert nr 50 u z 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 weil die lechsten schon ein bisschen nervig ich kann halt durchs kopf machen ich kann kein disco machen sagt das scheiße mann world's first problems entweder sprichst du gar nicht entweder springst du zwei sekunden später oder du sprichst einfach dreimal so oder gibt schon welche die pushen sich richtig hart mit 106 sekunden ja schon 120 ja geht gar nicht wir müssen dem wieder zeigen das geht ja aber nicht ich habe schon probiert 20 mal versucht und es hat so scheiße funktioniert 45 sekunden und kann es halt nicht machen kann wir haben wir wieder hey das kotzt mich so an du kannst einfach nicht rechtsklick auf jemanden machen und einfach zurückwispern das ist total bescheuert ich werde gleich wieder fertig schon ja mal tatsache ach da ist er doch da ist er doch das ist okay gut 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 noch mehr immer mehr immer mehr ich hab das ding mit den 50